Ich finde es richtig schwer. Ich habe noch fast keinen gesehen, der geklappt ist. Ich habe noch gar keinen gesehen. Ich habe einmal einen gesehen, aber auch mehr auch nicht. Aber ich glaube, dass das ganze Geld und das ganze Geld ist, glaube ich, insgesamt schwieriger als Geld. Weil wir vielleicht nur zwei Schätze haben, aber das wird noch immer schneller. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon.